wir sind zurück in einem Stück und weil die sind in dieser Part 25 und die Kerze ist nicht dass sie immer einen lassen und sie geht auch alles ab was ist das 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 ist das 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 wir haben wir haben wir nicht mehr als wir nicht sollten was zu machen das ist die Zahnräder in die ganze Zeit Zahnreiter ja keine Ahnung das ist die Sonne der Kanzler das ist ich nicht sein es ist eine gute frage um es muss hier sein ich denke das hat es mit dem zahnrad zu tun was an der wand gehangen ist wo die hälfte fehlt unten früher ist doch echt jetzt anders aus weil das eingestürzt ist und weil die sich um sie haben wir haben dieser Grund das ist nur das war nichts es ist ein neues das schon sein das recht zahnbar Redo kein Stoß zu sagen was sie denn oder wie ist es hier da gibt es ja mehrere Stücke ja weiß ich nicht ja ganz ja hier ist einfach nichts wir sollen uns einsehen oder hier irgendwas ist am Boden was da liegt in Hammer und so ja dann geh einfach jetzt bin ich so langweilvoll ich will es ja Action und Mord ja gut dann gehe ich mal hier da war und da lag da an ja jetzt haben wir und das ist gut da hat er das hat so ausgesetzt dass die wiegen aber es ist egal hätte er sein Wallerien Waller Mann die Raum ist wunderbar ich habe so keine Ahnung was wir machen sollen gehen es muss doch alles passiert und theoretisch wir haben ja kein Zeug das die Kugel kann die Grenzen nicht von allein durchdringen etwas muss mit der Maschinerie getan werden ja die durchgehend zum Teil auf ist auf geheimnisvolle Weise versperrt ich hab's doch gesagt mit der Maschinerie ja was soll man machen konnten wir nichts machen das muss dann da drin sein in dem Raum die ganze Maschinenräume die ganze Maschinenräume immer hier das ist ja mysteriös schon wieder das ist das ist die Lösung wieso ja ich würde sagen wir gehen jetzt nochmal zurück und schauen was wir da machen konnten oder wir zurückbringt dann nichts aber was wir machen wir müssen dann irgendwas finden was wir in der Maschinerie reparieren können wir wissen ja nicht mehr was wir reparieren wollen ja diese Maschinerie was weiß ich denn ja ein neues Bild ruhig ist die Ansicht ihres leblosen Körpers nehmt sie wir haben jetzt eigentlich nur eine Laterne und Zünderwüchsen und sonst eigentlich eh nichts mehr oder? haben wir noch irgendwas? ja und der Grippers Kopf ah ja stimmt was sollte man denn den Opfern können wo waren diese Opfern die waren ja auch oben oder? hier aber ich würde hier nochmal ein bisschen schauen was wir schauen was wir noch betreten können und wenn wir noch irgendwas getreten können dann ist das richtig ich frage mich wo dieser wo dieser Altar war der war doch oben hier oder? ich würde da mal hochgehen ne schon mal ne da war oben mal noch diese Kammern da war der nicht? ja kann schon sein ja ich geh doch mal kurz hoch ich kenn mich doch auch nicht mehr so aus weil das ist ja schon ein bisschen näher als wir da oben waren ich muss gerade leider die Laterne hier war auch so ein Folterraum ja ist das der Öl ist doch gut ja Öl okay hier Öl nichts ja 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 die kann man nicht wollen gut dann haben wir das auch nein die Verschleuntersuchung das ist gut das ist die Zeit wieder zurückgebracht da wollte ich nicht hin die Führer zu sonstigen ich wollte jetzt ja so ist so ein ich habe sonst der Zeit wird der Welt ist ja bei uns ich wollte das im Raum zu noch wann das Wege waren ohne zu schauen ob wenn ich etwas vergessen habe. Da gab es ja eine andere Liege. Da habe ich jetzt schon wieder so eine herzliche Räsenfolge. Aber da gab es echt keine anderen Liege. Da gab es nur diese... Aja, schau, das ist eingestürzt. Das andere wahrscheinlich auch. Ja. Weißt du, aber ich dachte schon... Ähm... Was soll das hier? Hast du dann verschieben? Toll. Ja, auf jeden Fall bringt es hier nichts. Wie weiss. Ja, ok. Ja, bringt es hier nichts. Hier rechts ist auch nichts mehr. Also da hinten... Dieser Raum da... Nee, da ging es ja nicht weiter. Hier war auch echt nichts mehr. Oben war nur noch das Labor. Und sonst auch nichts. Ja, echt? Echt? Ok, dann müssen wir es mit Sicherheit, dass wir schon richtig waren. Ja, das ist ja kein Maschinenraum gewesen. Wir haben uns aber nicht gut genug umgeschaut. Echt? Ja, vorhin haben wir euch den Weg gebraucht, bis wir diesen Schlüssel hatten. Ja, stimmt. Das war auch meine Folge. Mhm. Henry... Beatlow. Der Schläger. Das ist ein ganzes Leben lang. Aha. Ah, jetzt hat er gesehen, ob er zu sehr selbstfähig war. Das ist alles Alexander, oder? Ich glaub so, man findet noch den Alexander in der Folge. Kann sein, dass Alexander früher... ... aus dem Spiel... ... aus dem Spiel. Ja, sah halt aus wie so ein Gesicht, wie so ein Bärziger. Ja, ok. Wo ist der nächste Statue? Ich hab' ein Problem. Ähm... Ich hab' ein Problem. Ich lass' ein Glöcknen gehen. Irgendwo ist da einer, ne? Der war nur einmal da. Bist du so schön? Den kann ich das eigentlich nicht. Ich muss euch einfach nur die ganze Zeit springen. Hä? Ich hab' keine Ahnung, wie so es nicht kannst. Ja, es ist auch egal. Äh, ja, wir sind jetzt hier zurück und versuchen, was Gäste zu lösen. Äh, ja, wir sind jetzt hier zurück und versuchen, was Gäste zu lösen. Ja, man. Ich sag' ich, das ist grad noch mal. Ok, was haben wir? Nichts. Steine oder so. Soll uns erst mal jetzt wirklich anschauen, was... ...wie das funktioniert, diese komische Maschinerie, oder... Ich müsste einen Stein in den Zahnrad behalten. Nicht genau, ich krieg mir recht. Ja. Ich hab' ich überhaupt nicht gerechnet, dass es wirklich geht. Ne. Das hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Wie soll ich von... ...hat schon sein können, wieso? Und jetzt? Jetzt wieder hoch. Jetzt ist wahrscheinlich der Weg frei. Zum Alter. Die müßliche Musik, die er sagt, die alle sind breit. Vielleicht ist sich auch den Glöck mal wieder da. Echt? Bist blind! Ich mach' die Tür zu. Nein, die Zeit sich bitte runter. Dann noch wieder zu stehen bleiben. Dann noch wieder zu stehen bleiben. Nein, sie schon, denke ich. ... ... das soll gerecht werden, ne? Keine Ahnung. ... 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